Wasserramseltiere Animals Natur Selmkenzi Selzamkenzi Autor de Selzamkenzi Die Wasserramsel oder eurasische Wasserramsel, Kinklus Kinklus, ist die einzige auch im Mitteleuropa vorkommende Vertreterin der Familie der Wasserramseln, Kinklide. Der etwa starrengroße, rundlich wirkende Sinkvogel ist eng an das Leben entlang schnell fließender, klarer Gewässer gebunden. Dort ernährt sich die Art vornehmlich von Wasserinsekten, die sie vor allem tauchend erbeutet. Die Wasserramsel ist mit 13 Unterarten von Westeuropa und Nordwestafrika ostwärts bis in die Region um den Baikalsee und in die Hochlagen West Chinas verbreitet. Wasserramsel, Jungvogel Die Wasserramsel ist mit etwa 18 cm Körperlänge etwas kleiner als ein Starr. Der rundliche, kurzschwänzige Vogel ist in seinem Lebensraum unverkennbar. Kopf und Nacken sind zeichnungslos mittelbraun, die übrige Oberseite ist schiefergrau. Durch die dunkelbraune Färbung der Federsäume entsteht der Eindruck einer Schuppung. Kehle, Hals und Brust sind meist rein weiß, manchmal auch leicht rahmfarben. Zum Bauch hin ist dieser Brustlatz von einem rostbraunen, seltener auch orangebraunen Streif begrenzt. Unterbauch, Steiß und die Unterseite der Steuerfedern sind dunkelgraubraun. Der Schnabel ist schwärzlich, ebenso die kräftigen Füße und Zehen. Die langen Krallen sind auffallend hell, fast weiß. Die Iris ist dunkelbraun. Die Geschlechter unterscheiden sich im Aussehen nicht. Männchen sind im Jahresdurchschnitt etwas schwerer und haben geringfügig längere Flügel. Jungvögel sind auf der Oberseite geschubbt schiefer Farben, auf der Unterseite geflockt weiß-grau. Ihre Beine sind hellgrau mit einem rosa Anflug. Spätestens im Oktober des Geburtsjahres mausern die Jungvögel in das Edaltkleid. Mausereckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu Die Mauser der Wasserramsel verläuft zwar nach dem üblichen Singvogel-Schema, unterscheidet sich von diesem jedoch durch die besondere Länge von mehr als 80 Tagen und durch den Verlauf in drei deutlich getrennten Schüben, zuerst fallen die inneren fünf Handschwingen, danach die äußeren und zuletzt die Armschwingen. Die Mauser der Steuerfedern verläuft von der Mitte nach außen. Während der Mauser ist die Wasserramsel zwar vollflugfähig, ihre Manövrierfähigkeit ist jedoch stark eingeschränkt. Da aber immer zwei Flügelteile vorhanden sind, ist sie bei der Nahrungssuche nicht allzu behindert. Während der Mauser verhalten sich die Vögel sehr verborgen und verbleiben meist in einem kleinen, besonders beutereichen Abschnitt ihres Reviers. Eckige Klammer auf 1 Eckige Klammer zu Laut Äußerungen Eckige Klammer auf bearbeiten Eckige Klammer zu Die Wasserramsel verfügt über ein reichhaltiges Stimmrepertore, doch werden ihre Rufe und Gesänge oft von der lauten Geräuschkulisse ihres Lebensraumes übertönt. Deshalb kommt dem auffälligen Knixen, vielleicht auch dem ständigen Augenblinzeln, kommunikative Bedeutung zu. Eckige Klammer auf 2 Eckige Klammer zu Eckige Klammer auf 3 Eckige Klammer zu Der Gesang ist eine etwa 20 Sekunden dauernde Abfolge Zwitschern der und Trillern der Phrasen in unterschiedlicher Tonhöhe, in die gepresste, schwätzende und kratzende Laute sowie leise Pfeiftöne eingebettet sind. Sehr häufig beginnt der Gesang mit einem auffälligen, scharf betonten, auf- und absteigenden, oft sechssilbigen, Eingangselement. Am häufigsten, und aufgrund des niedrigen Wasserstandes im Spätwinter am besten, ist der Gesang in der Vorbrutzeit im Februar und März zu hören. Doch singen beide Geschlechter in unterschiedlicher Intensität während des gesamten Jahres. Neben diesem Gesang sind vielfältige, situations- und stimmungsabhängige Rufe zu hören. Manche klingen wie Zit, Zrip oder Zrik. Im deutlich hörbaren, schnurrenden Flug ruft sie oft gereiht Zip-Zip-Zip, manchmal Einzelzerb oder Zirrb. Lebensraum und Verbreitung Eckige Klammer aufbearbeiten Eckige Klammer zu Brutabitat an der Argen in Baden-Württemberg Der Pfeil markiert den Neststandort Innerstädtisches Brutabitat der Wasserramsel an der Blau, Fluss, in Ulm Die Brutverbreitung der Wasserramsel ist eng an klare, strömungs- und sauerstoffreiche Fließgewässer gebunden. Weite Teile ihres Verbreitungsgebietes teilt sie mit der Gebirgsstelze. In manchen Regionen ist sie ein sehr seltener Brutvogel, kann aber bei günstigen Lebensbedingungen recht hohe Siedlungsdichten erreichen. Die bevorzugten Lebensräume sind Bäche und Flüsse der Forellenregion. Meist, aber nicht ausschließlich, sind diese Gewässer breiter als 2 Meter und weisen eine minimale Abflussmenge von etwa einem Kubikmeter pro Sekunde eckige Klammer auf vier eckige Klammer zu bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 12-20 Zentimeter pro Sekunde auf eckige Klammer auf fünf eckige Klammer zu nur vereinzelt dringt sie in die Eschen- und Badenregion vor. Die Gewässer müssen einen steinigen oder kiesigen Untergrund und zumindest abschnittsweise dicht bewuschte Ufer aufweisen. Kleine Wasserfälle, Felsen oder große Steine im Wasserlauf sowie Uferabbrüche sind günstige Requisiten. Wichtig sind eine möglichst gleichmäßige Wasserführung sowie Eisfreiheit im Winter. Gewässerabschnitte ohne dichte Vegetation sowie Fließgewässer in dichten Wäldern werden nicht besiedelt. Die Wassergüte der Brutgewässer ist meist sehr hoch, doch halten Wasserramseln bei wesentlicher Qualitätsverschlechterung lange an einem einmal gewählten Gewässerabschnitt fest. An langsam fließenden Strömen, sowie an Seen oder Kanälen erscheint die Wasserramsel nur selten als Brutvogel. Häufiger ist sie im Winter in solchen Biotopen anzutreffen. Bei günstigen Gegebenheiten können Wasserramseln in Siedlungen oder Industriegebieten brüten. Die Siedlungsdichte ist vom Nahrungsangebot und vom Angebot günstiger Nestgelegenheiten abhängig. Sie schwankt von wenigen hundert Gewässermetern bis zu einigen Gewässerkilometern pro Brutpaar. Ein Paar benötigt etwa 0,4 Hektar und tiefes Wasser. Eckige Klammer auf sechseckige Klammer zu gute Wasserramselgebiete weisen etwa ein Brutpaar pro Gewässerkilometer auf. Minimale Nestabstände liegen unter 100 Metern. Bei solch engen Nestabständen könnte Begünie eine Rolle spielen. Eckige Klammer auf sechseckige Klammer zu vertikal ist die Wasserramsel vom Tiefland bis in Höhen von über 4000 Metern vertreten. Vor allem CC Cashmariensis und CC Przewalski sind ausgesprochene Hochgebirgsvögel eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu, aber auch die mitteleuropäische Unterart CC Aquaticus steigt in große Höhen auf. So liegen Brutzeitbeobachtungen aus der Schweiz aus über 2500 Metern Höhe vor. Eckige Klammer auf achteckige Klammer zu. Die Wasserramsel ist ein Brutvogel der West- und Zentralpalle Arktis. Im Osten überlappt ihr Verbreitungsgebiet weiträumig mit dem der Flusswasserramsel, In diesen Gebieten besiedelt C Palasidi häufig langsamer fließende und breitere Gewässer als C Kinclus. Verbreitungsgebiet der Wasserramsel Jahresvogel Wintergast Die Art kommt von den britischen Inseln, Ost- und Zentralfrankreich, Teilen Spaniens, Portugals, Marokkos und Algarins über große Teile Mitteleuropas und Skandinaviens, Italiens, ostwärts über den Ural bis ins Baikalgebiet vor. Eine isolierte Verbreitungsinsel soll im Stanowoy-Gebirge existieren. Untertitelung des ZDF, 2020